Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play, nicht so, bei Let's Play Roblox mit der Welt. Survive and Kill the Killers in Area 51. Ja, das ist mein Skin, ich hole mir bald neun. Wenn ich mir das nicht von der Play Store Karte hole. Okay, ein Secret. Du darfst niemals hier runter. Dann passiert nämlich das. Game over. Haha, game over. You are trapped. No way back. No way out. Oh, da steht da also. No way back, man is set. Ja. Ja! Okay. I advise you to play in 1st Person 5 to have a better accretive riff, respon and flashlight. Press the left shift button of your keyboard to run faster. 5 Westpens are hiding underground to kill the killers. Can you find them? Und there is an ammo back hidden somewhere. Good luck. Doch. Hier ist es nicht so klug runter zu springen. Oh, warte, wie viel Platz bin ich? Ist das der Welt? Top 10 kills? No. No. Ich dachte von dieser, ich dachte von dieser Map. Also von diesem Schöner. Aber der ist natürlich in den Top 10, weil ich 40 gekinnt habe. Doch das sieht fast niemand da. Du kannst von der Aft to many kills at the mine. Punkt, Punkt, Punkt. Wee! Wee! Ego Perspektive. Ich würde die Gap dazu. Okay. Es gibt Jason. Slenderman. Freddy Krüger. Jeff und so weiter. Aber ein paar kenne ich hier nicht. Einfach hier runter. Es gibt auch so einen grünen Zombie. Und Sonic. Die Tür niemals öffnen. Hier ist Sonic drin. Die Killers machen einen One-Shot. Na gut, die meisten. So, weil ich 40 Kills habe, kann ich meine Waffen. Ich glaube, das war hier oben, oder? Ich glaube, das war hier oben, oder? Hier auch nicht. Die Ursache, das war hier oben, oder? Oh, hat der mich gerade schockt. Ach, das verbessern ist scheißegal. Tschüss, Leute. So. Ich glaube, ich muss die noch so hoch. Hier war die Shotgun. Okay, die nehme ich auch mit. Die Shotgun können die wieder brauchen. Ich weiß den Code nicht. Oh, Shotgun. Oh. Oh, als wenn er mich nicht getroffen hat. Warte. Wie ist er hierher gekommen? Ich gehe einfach mal weg. Tschüss. Hier war das Sturmgewehr. Ach, hier. Warum gehe ich nicht auf den Run? Da bin ich schneller. Da hinten ist die Maschine. Yeah. Attacke. Yeah. Bitte. Oh nein. Meine Waffe. Die war gerade verbessert. Was? Versuch Nummero zwei. Okay. Diesmal durchrushen. Durchrushen. Hopp. Hier rauf. Habe ich glaube ich schon gesagt. Wenn ihr den Code wisst, schreibt mir ruhig in die... Schreibt mir den Code ruhig in die Kommentare. Jeff hat mich gerade erschrocken. Wie gesagt, schreibt den Code mir ruhig in die Kommentare. Dann könnt ihr sehen, welche Waffe oder was wir dafür bekommen. Falls ihr den Code wisst. Heißt ja nicht gleich, dass ihr den Code wisst. Hopp. Hier war einer. Ja, da ist einer. Salto Lars. Gut verbesserte Waffe Easter. Okay, der verbessert die bestimmt auch gerade. Man kann die Waffe ab 10 Kills vergessen. Ab 10 Kills können wir jede Waffe verbessern. Oh, hi. Oh, hi. Boah, hat er mich erfrocken. Mann, ich dachte immer, das ist ein Killer. So, hier um die Seite gucken. Hier ist jemand. Öffnen. Don't open the door. Oh, warum sind sie da? Moin. Moin, Slenderman. Moin, Duda. Wo auch immer, wo auch immer das ist. Leute, wenn ihr wisst, wer das ist, schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Leatherface? Leatherface? Ich glaube nicht. Hier ist bloß Slenderman. Ich werde hier mal alle Türen zu machen, weil hier überall welche spawnen. ja, Don't open this door. Oh, hier ist ein Noob gestorben. Alter. Mann, warum machst du die Tür auf? Mann, wie blöd bist du? Da steht noch, Don't open this door. Requ nimmt was. Selber schuld. Geschieht direkt. Alter. Gut, er ist tot. Er ist tot. Schnell hier lang, hier lang. асchuld. Warum sind die hier? Gut, hab die drei getötet. Ich kann sofort wieder raus hier. Alter, ich bin echt am... Okay, geh da rein. Geh da rein. Tschüss. Tschüss. Ah! Oh, geiles Spiel. Okay, wir versuchen mal, wir suchen mal eine andere Waffe. Erstmal holen wir wieder die Verbesserte und dann suchen wir eine andere Waffe. Was zum Teufel! Okay, die gehen alle weg. Ego. Dann nehmen wir immer das giftige Kostüm. Na, nicht einfach so, weil es so grün ist. Da. Ich bin grün. Alter. Ist gut fürs Dunkeln. Ist, glaube ich, extra dafür gemacht. Ist das vielleicht so eine Art... Oha! Help me! Ah! Ah! Diese... Alle Killer sind hinter mir her. Alle! Wortwörtlich! Waffe nehmen! Raus! Ab zur Verbesserung! Los! Die sind hinter mir her. Danke, danke! Danke! Okay, jetzt könnt ihr kommen. Nein, ich wollte nicht schießen. Nein! Nein! Wetten! Oh, nee. Gut. Da sind die. Einfach weiter. Tschüss! Oh, Mann! Herr, der hat Angst! Seit wann hat Dresen Angst? Oh, hi, Jeff! Wie geht's? Okay, ich beschütze dich, Junge. Oh, Scheiße! Vielleicht ist das Video schon zu Ende. Ich hab'n Paper! Okay. Ich töte die, ne? Ja. Weißt du den Code? 7, 2, 9, ich wollte gerade den Code schreiben. Enter. Wrong Code. Okay, das war's dann erstmal für den Video, Leute. Schreibt ruhig in die Kommentare, welche werde ich als nächstes Spinn zahlen. Ja, und dann, tschau, Leute!